Z9,5? Zählt ihr jetzt anders? Äh, hallo? Irgendwie stimmt da was nicht. Hier ist Z. Hier ist X. Hä? Achso, ne, die stimmt schon. Äh, X125. Ich bin zu dämlich. Komma 5 war das. Und Z. Äh, minus 9, ja, 9,5, 9,2. So, ich bin aber definitiv zu weit. Wenn ich das so überlege. Nein. Scheiße. Das mussten wir direkt mal prüfen. Ey, mein Wollhaus gefällt mir so direkt mal. Alter. Höh, boah. Ich dachte jetzt, wo ist das Glas hin? Ha. Das sieht ja echt geil aus. Hey, ich schwimme über Lava. Ist ja geil. Das gefällt mir jetzt schon. Naja. Mehr oder weniger. Hier hätte ich auch sauberer arbeiten können. Aber was soll ich? Das kommt vor. So, von wo habe ich jetzt eigentlich die Koordinate genommen? Ich muss dann eine Abzweigung. Warte, muss ich aufschreiben. Abzweigung. Abzweigung. Endkoordinate. So, hier. Und zwar. Und zwar. 147. Z. Immer noch minus 9,5. Kommt da aus. Stieg in der Nähe. So, das war Schloss oder Burg. So. Also ich hier nicht in Massenverwirrung auftreten werde irgendwann mal. Weil ich hier so viele X und Y Koordinaten habe. Aber es ist ja schon lustig hier. So rumfahren. So raus. So blub. Wieder ran hier. Oder so ran. Kurz mal touchieren hier. Und dann wieder rüber. Irgendwie so. Und dann von hinten her wieder reinkommen. Und so alle paar Minuten mal so ein Minecart losschicken. Und dass sich das im Kreise bewegt. Ob das halt funktioniert, ist die andere Frage. Würde ich aber gerne mal auf einen Test ankommen lassen. Ob das funktioniert. Ach ja. Ich wollte ja noch mehr machen. Ich wollte ja eine Fackel dorthin setzen. Ne. Äh. Was essen wollte ich. Was mampfen. Und bitte was in den Magen kriegen. Einfach hier nicht vom Fleisch fallen. So. Knochen haben wir im Anschlag. Und dann suchen wir hier mal wieder nach Hunden. Vielleicht gibt es hier ja mal wieder welche. Lass mal hier eine schöne kleine Hundefarm zustande bringen. Ach ja. Ich habe mich auch schon mal über diesen Baum gewundert. Ich will doch kein Chicken. Hundi. 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 Du magst mich doch. Ich habe gesagt, du magst mich doch. Danke. Komm mit. So. So. 44 Knosserinnen haben wir noch. Können wir noch ein paar Hundis zusammen kriegen. So. Danke Hund. So. Du kommst auch noch mit. So. Wo haben wir hier noch einen? Du gehörst mir schon. Hier läuft einer. Wenn wir uns direkt holen werden. Oh. Hier ist ein paar mehr. Hier kriegen wir auch ein Ei umsonst. Ein Ei-Mampfen. So. Hundi. Bleibst du hier? Hundi. So. Danke Hund. Komm mit. Komm mit. Lauf weg. So. Noch ein Hundi. Haben wir noch ein paar? Hier ist noch einer. Der noch nicht zu uns gehört. Du willst doch auch mit zur Bande gehören. Das ist super. Dass du auch mitkommst. So. Dann bringen wir die Errungenschaft schon mal zurück. Vielleicht finden wir ja noch ein paar. Hallo. Hallo. Ist ja direkt mal wieder süß so viele Hunde zu haben. Die armen Hundis. Ich hoffe das passiert nicht nochmal. Gut. Jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr so leicht passieren können. Weil ja doch Dingens ist. Wie soll ich sagen. Ja. Das leichter ist in eine Serverwelt zu verwandeln. Das hat wirklich nur passiert. Weil ich es wirklich als Together-Server gemacht habe. Dann haben wir die ganzen Hundis hier verloren. Die armen Hundis. Wo die hingekommen sind. Weiß kein Mensch. Spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden. Bitte melde dich. Wir suchen dich Hundi. So. Meine Wachhundis. Die kommen. Wo kommen die denn eigentlich hin? Irgendwo. Irgendwo wo sie nicht im Wege umgehen. Wo sie Platz haben. Und Trinkwasser. Und was zum Spielen. Und Bewegung. Und nicht nur mir auf den Sack gehen können. So. Also wäre ja die Stelle irgendwo ideal. So. Sitze dich hin. Du auch. Hundi. Sitze dich hin. So. Brave Hundis. Perfekt. Da kommen dann alle meine Hundis runter. Weil letztes Mal habe ich sie auch alle ins Haus reingebunkert. Alle rein mit euch. Dann haben wir ein Full House. Full House haben wir dann. Dann haben wir die Hütte voll. So. Ich lege mich mal wieder hier nieder. Und Trink mal was kurz. So. Da bin ich mal wieder. Bin ich mal wieder. So. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Hmm. Wir haben die Kascheme so präpariert, wie wir das wollten. Wir können mal wieder. Wir könnten mal wieder. Die Kascheme schaut schon geil aus. Wir könnten mal wieder gucken. Ein bisschen rumgucken. Was wir als nächstes machen könnten. Der Weg. Passt auch soweit. Bräuchte ich auch noch mehr Lightstones. Hallo. Hallo. Ich bräuchte Sand. Ich bräuchte Cobblestone. Habe ich natürlich nicht dabei. Weil hier ja auch alles federhaft ist. Hmm. Ist Wasser drin. Trampelt mir meine Felder nicht nieder. Wenn ich sie euch schon so mühevoll wieder am pflanze. Dass es mal wieder hier nach was aussieht. Dann machen wir die einfach das eiskalt platt, das Zeug. Eiskalt. So. Gehen wir hier mal wieder rein. Mal gucken, was hier so los ist. Bisschen religiös werden. Hamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdam Der ist echt geil Das Soul Sand Boah, passt auch direkt Jetzt muss ich hier mal kurz gucken Ne, das mit der Lava ist immer noch So beschissen Das hilft da direkt nicht So, hoppeln wir mal wieder über die Soul Sand Über die toden Seelen hinweg Hörst du es ruckeln auf Hab ich dich vorhin so gut gelobt Dass du hier jetzt so flüssig läufst? Und dann sowas Gehen wir mal wieder hoch in den Glogenturm Mal kurz die Aussicht genießen Mal wieder hier frische Luft schnuppern Und unsere Welt überblicken Die ja doch schon einiges beherbergt Leider sieht man von hier aus nicht viel Aber um ehrlich zu sein Die NPC Stadt Die macht schon viel aus Da kann man direkt mal Ja, wie soll ich sagen Äh, da hat man gleich Ne Grundsubstanz Die um einiges besser hier wirkt Und so Und ja, das Ist jetzt nicht so übel Das kann man dann einfach anders da agieren Und dann passt das Thema Stadt einfach Ideal dazu So, nochmal kurz Hat Gas rausgelassen Und mich hier abkühlen Mein Rücken ist patschnass Bah, ich schwitze hier wie ein Schwein Was könnte ich denn noch Ich müsste mal wieder was anderes anfangen Einen Irrgarten habe ich leider noch nicht konstruiert Da muss ich mir auch noch Gedanken machen Vielleicht setze ich mich auch heute noch hin Könnte ja auch sein Dass ich mir Ne Dingens ausdenke Äh, so einen kleinen Plan Was ich Da baue Momentan strotze ich vor Ideen In jeder Hinsicht Verfluchte Axt Ich renne heute schon wieder so verplant rum So verplant Das ist Das ist Da könnte man ja direkt Pickel kriegen von Ah Das ist ja So Ich wollte ja gucken Wo ich jetzt hier Was zum Fressen herkriege Äh, ne Ob ich schon zu weit bin Ob ich schon zu weit gegangen bin Meinen kleinen Dingens Aua Das hat wehgetan Strömen eigentlich hier die Buchstaben ran Ja Ja Eigentlich müsste ich hier die unter die Decke bauen Dass das Buch noch ein bisschen mehr Wissen bekommt Ein Eimer, kann man den tunen? Nö Pfeile, kann man die tunen? Nö Nö Kann man nicht Eine Spitzhacke Oh Da geht es auch bis Level 12 Was du machen kannst Ist auch geil Eine Rüstung Verbessern Wie sieht es eigentlich uns Oh, die sieht ja direkt noch gut aus Hey Junge Neuen Anstrich bekommen Sieht ja direkt gut aus Junge Gefällt mir Da muss ich doch schon Facebook Gefällt mir Daumen rausholen Oder YouTube Gefällt mir Daumen Ist ja Das fehlt eigentlich in Facebook Ich bin auch Muss ich zugeben Ich war Ja Ich habe mich Facebook Irgendwo verschlossen Weil ich es gehasst habe Ich habe einfach zu viel Schlechtes gehört Und dann dachte ich mir so Nö 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 Will ich nicht Wo bist du Ebenfalls Reg mich irgendwie auf Du hast einen Gefällt mir Button Bei Facebook Was ist denn mit so einem Button Hey Gefällt mir nicht So wie bei YouTube YouTube hat sowas Facebook nicht Wieso Verstehe ich nicht Ist mir zu hoch So F3 So Sind wir schon zu weit Nö Sind wir nicht Alter Da muss ich ja doch noch ein gutes Stück Ich dachte ich wäre schon drüber So Ich müsste Dann Was 9,5 Auf der Richterskala So Da rein Da muss ich lang Bis Äh Ich kann meine Sauklaue nicht mehr lesen Ach da ist mir der Stift nicht angegangen 47 Das machen wir doch direkt Wow Ich bin mal wieder auf Kies gestoßen Das ist ja So ein Kiesweier Hat schon was schönes So 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 Vielen Dank.